Lieutenant Commander oder LTCDR ist ein militärischer Dienstgrad vieler Seestreitkräfte im englischen Sprachraum. So insbesondere in der US Navy und der Royal Navy. Der Lieutenant Commander, NATO Rang Code of 3, ist der erste Stabsoffizier-Dienstgrad und somit das besoldungstechnische Äquivalent zum Corveton-Kapitän der deutschen Marine. Aufgrund der historischen Entwicklung des Dienstgrades kann man den LCDR oder LTCDR jedoch nicht direkt mit dem Corveton-Kapitän vergleichen, da er eher ein Lieutenant in herausgehobener Dienststellung als der Stellvertreter eines Kommandos ist. Deshalb trägt er den Mützenschirm der Lieutenants und hat auf See gehenden Einheiten Dienststellungen der Art inne, wie sie in der deutschen Marine eher Kapitänleutnanten übertragen werden. Während es in der US Navy üblich ist, einen Lieutenant Commander verkürzend mit Commander anzusprechen, ist dies in den Marinen Großbritanniens und der Commonwealth-Länder nicht vorgesehen.